Wir müssen vorwärts kommen hier jetzt. Das ist so einfach, guck mal was hat hier vorn gestehen? Ja, du hast unglaublich. Waffen, ich schmeiß jetzt die Rohrbombe. Ja, dann werf sie auf mich. Zu späß. Was geht hier raus, ihr Penner? Alter, ihr absolut gewixten Bumshühner. Warte, sie probiert verdammt vier Nägelchen, ne? Ja, ich hab ne ganze Pistole und ne ungeladene Pumpgang. Ich hab gar nichts mehr, außer meiner Würde. Sanno! Scheiße, das wird ja jetzt auch lustig. Wo ist Schein? Hast du schon auf dem Bügel gelaufen? Nein! Schein, ich bin tot. Habt ihr noch nen Defibrillator? Ja, ist ne Witch, aber die tut ja nichts. Die rennt weg jetzt. Ja, Sigi, du gehst voraus. Du hast mehr HP in der Zwischenzeit. Keine Bitte. Scheiße. Die hat's mal an der Witch vorbeigeschummelt. Ja, ist ja nicht schlimm. Die rennt jetzt weg. Die hat eingetötet, dann verzieht die sich. Oh Gott. Ein Eier mehr, boh. Der letzte Spurt vom Safe Room. Lauf, Sigi, lauf! Ja, wo ist denn das? Ja, wo ist denn das? Aber nicht den Hügel runter, Mensch. Nicht wieder zurück, das bringt nichts. Lade nach! Lade nach! Seh ich aus wie ein Zombie? Schieß auf die Zombies! Ups. Ups. Ich habe ein Jockey. Schlecht. Ich sehe einen Tank. Äh, Charger. Ich sehe meinen grausamen Erstickungstruck. Oh ja, das sehe ich auch. Oh ja, das sehe ich auch. Und bist du? Oh, das ist ja auch. Nein! Wir haben verkackt. Das schaff mich nicht allein. Ach, der Scheiße! Alter sieht von unten noch bekackter aus als von vorne. Hey, wir sind nur um den 14. Dasselbe könnte ich über deine Mutter sagen. Der Master Truck baut. Komm doch nicht durch. Tut mir leid. War wohl doch nicht so eine gute Idee. Mein Freund. Wir sind so weit gekommen. Wir kommen irgendwie anders nach New Orleans. Entschuldige, den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Und da ist wieder der Master Chief. Whisper in Oaks. Toll. Und als Erwachsener gehst du dort drauf. Ich will doch nur ne... Ich will. Ja, ich will. Ich will. Nein. Der ballert mich da schon wieder ab. Äh... Nein. Ich glaube, nein fließt den nicht ab. Schau mal, der ist schwarz. Hahaha. Ich würde mich nicht vom Bayern mobben lassen. Kotz und Arenaline. Lass mich auch nicht von dem einzigen Ausländer hier mobben, ja? Hahaha. Was ist los hier? Ey, hör sich nicht an. Die Nordrhein-Westfalen. Immer schlechteste beim deutschen Bildungsverband. Aber ne dicke Lippe. Tja, was? Tja, was? Tja, mein Gott, die war ja klar. Hilfe. Ist doch schon mit. Naja, immerhin kann er gut helfen. So wird nicht. Hier kommt, fress meine Kotze. Endlich macht diese Aussage auch mal Sinn. Drauf halten! Ja, und in der Säure stehen bleiben. Der kommt hier der Autobahn runter. Vielleicht hat er... Oh, wo kommen die denn alle her? Jo, hör auf mit dem Bullshit, okay? Jo. Hahaha. Jo, Coach. Das nennt man eine Kugel. Hahaha. Wie gefällt dir das? Oh, ein Efri. Schau, mitnehmen. Aber alle haben Medi-Pack. Ah, ich verzieh' mich drauf. Neh mir ein Efri mit. Mit eins einfach bei Sigi. Hahaha. Ich glaub, seh'n es. Ich mein, der braucht sowieso. Aber es hilft trotzdem nix. Ich nehme jetzt erst mal dieses Medi-Pack. Und dann werde ich ne Utzi. Na, hier kann ich verkack'n Utzi. Bei 25 steig' ich aus, du. Oh yeah. Meine Schmutzwäsche. Haha. Lade nach! Lade nach! Autobahn ist dicht! Wo ist ein Hotel? Jaaa, Slonka-Hilfe! Autobahn ist dicht. Wessen... Wessen Navi-System hat das nochmal gesagt? Ich fers' da schon wieder tot. Jaa, jetzt chill doch mal! Jaa, jetzt chill doch mal! Jaa, echt! Was kannst du denn? Voll am Verrecken, chill doch mal. Ja klar. Soll ich mich selbst dabei töten lassen und sind beide tot? Ist ja sinnlos. Nein, das ist ja der Sinn dabei. Da spricht der Mann von äußerster Effektivität. Soll ich dich heilen mit meinem Medi-Pack? Oh, das wäre sehr nett. Ich hab auch einen Deprimulator für den Kopf. Tu's nicht, der ist schwarz. Lade nach! Ich glaube... Okay, nichts gegen Schwarze. Nic hat soeben den Tod verdient. Helfen ist nicht mehr. Ich hab dir geholfen. Bin ich jetzt asozial oder was? Was sagst du? Ich hab dir geholfen. Bin ich jetzt asozial oder was? Ich sagte Nic, nicht scheinen. Ich hör eine Witch. Nicht auf das Auto. Ja, das ist nicht schlimm. Ich seh einen Spitter da hinten rumlaufen. Ah, unser Sharp-Shooter hat ihn genutzt. Oh mein Gott! Ich hab mich auch hier im Kopf. Nicht mehr. Nicht mehr. Yay, wer hat denn hier ein Auto geschlossen? Ja, echt, ey. Da unten ist die Witch, da würde ich dir danken. Hast super gemacht, Simon. Ich wollte jetzt mal einfach jemanden beschuldigen. Oh, schön, da ist die Witch. Wer geht's vor? Oh. Ist ja nirgends wo was zum Stieren? Da hat kein... Ach, nirgends. Ja, jede Balle war das hier. Ich suche auch schon nach der Schwert. So ist es nicht. Ja. Kletze dich! Hä? 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 Komm mir mal her! Schau mich so! Die haben ja alle durchgeklettert. Als ob die sich mal eben schnell vermehren. Durchs Fenster! Das sind halt Einzeller, die verdoppeln sich. Ey, da unten ist ein Pool. Wollen wir schwimmen gehen? Nein, danke. Ich verzichte. Freiwillig. Ich tue es! Verdammt, ich komm nicht rein. Keine Eingriff bezahlen. Lade ihn ab! Boah, ich rumpel. Zeit, mir Adrenalin rein zu pfeifen. Ich bin im Sonic. Sonic's the name, my game's shit. Ja. Lade! Wow! Langsam hier den Hügel runter! Ich dachte, das ist eine Waffe, aber jetzt ist das nur ein Telefon. Boah, ich brauch mal was zum Heilen. Oh, ein Benzinkanister. Weg damit! Ich hab ja unglücklicherweise mein Minipack an den großen Mann weggegeben. Wuh, festhalten! Raucht jemand Minipack? Nee, noch nicht. Nee, jetzt sitze ich nicht. Oh, ein Tank, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Tank, willst du mich verarschen? Ja, hier ist ein Tank. Ja, das hast du mir nicht getroffen. Den schwarzen Tank sieht man nur im dunklen Wald nicht. Scheiße! Ich würde es wollen, wenn er mal durchs Feuer laufen würde. Scheiße, ich bin auch. Ich bin nicht so, der schenkt. Woah! Ist doch nicht. Geht doch weg! Wer ist der was von mir? Außen Tod! Er ist tot! Was der brennt denn da noch? Achso. Oh, Munition. Das kommt gerade richtig. Yo, echt. Ich höre nur noch Und dann Schuss auf einen Zombie Der fällt knapp um Mit Kanonen auf Spatzen schießen Ich hoffe doch, das war in Versehen Ey, ist auf dem Klo zufällig ein Medipack? Dreh ein Okay, diesmal tut's wirklich weh Ey, gibt's doch nicht, dass hier nirgendwo eine bekackte Nervenwaffe rumliegt Ich brauch Heilung oder sowas Kannst mich sterben, ich hab ein Defi, so ist es nicht Ja, mein guter Kumpel Jano fliegt mir gerade wieder auf die Beine Kopf, hm? Ich sagte, einer kann sterben, nicht 15 Oh mein Gott, ich hab jetzt auf dem Kopf Kannst ja mal versuchen, den Kreator und Tank zu belegen Wo ist Siggi? Wo bist du? Ich liegt im Busch Du bist doch nicht der Schwarze Wie ist das hinter mir? Hilfe, ich bin gleich schlappen Nein, rettet ihn Die Fried Hier ist er, da ist er doch Ich hätte doch die Zombies fernhalten Ich bin schon dabei, Siggi, keine Sorgen Yeah Zum Safe Room Zum Safe Room Brennt um euern Warte Brennt um euern nutzloses Leben Ich werde abgelassen Ja, na vielleicht auch nicht Ja, super Super, Freunde Alter, das ist ein bisschen verrückt Ey, glaubst du, ich will sterben? Ich hab doch die Tür aufgelassen Schöne, Mann Jetzt mach zu Jetzt mach zu Yeah Ja! Man kann ihn nicht mehr gleich kriegen! Hauptsache unser Garant für Qualität ist Sano, ja? Voll übel! Darauf gebe ich mir jetzt erstmal ein Glas Milch. Wow! Machst du jetzt einen auf Gronkh, oder was? Was? Hallo, hallo, hallo! Der Milchtrinker hier! Ja! Hört euch die gute Milch an! I'm gonna drink a big glass of Milch! Milch, ja, ja! Skittisch gezapfte Milch! Oh, yeah! Mr. Ringer Oaks! Ich hab einen Leck! Hä? Ich hab einen Leck, Alter! Guck ihn nicht los zu machen! Du hast das erste Leck gewonnen! Hä? Wieso hab ich jetzt meinen normalen Mauszeiger? Mein Spiel abgestürzt ist! Okay! Was ist abgestürzt? Das Spiel! Yeah! Lade nach! Ist das bei allen abgestürzt, oder was? Ne, bei mir nicht! Gleich bei Sigi! Lade nach! Meine Theorie! Boah, Theorie aus dem Ausland! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ich hab da letztes Mal schon nicht gut mitgebracht! Juhu! Old Dirty Ziggy ist jetzt inaktiv. Richtig, warum? Ja, leck mich doch, ich weiß, dass es nicht funktioniert. Das musst du mir nicht sagen, indem es abgestürzt wird. Ganz groß, mein Freund. Hä, Old Dirty Ziggy hat aber einen Charger getötet. Ja, das war der Computer. Ach, Hilfe! Äh, okay. War wohl doch nicht so gut, dann läuft es vielleicht noch besser. Hä, Waffen? Wo? Hier! Rechte Anfänger! Nein, da gibt's Nachkampfwaffen und leg nicht auf! Nein! Ich will auf! Wie bist du? Niemals! Wo seid ihr? Das ist meins! Ey, hier ist ne Kettensäge! Nein! Ich mach mein Ding auf die Zombies! Mh! 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 Ach, da seid ihr alle! Mh! Du, du guck dich von mich vor! Mh! 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 Kack! Nein, ich bin nicht freiwillig! Also, ob ich wieder reinkomme? Toh, da war ein Gastank! Oh, Kettensäge! Mh! 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 Das du immer wieder mit diesen alten Kamellen anfangen musst, ey! So sagte der alte Mann! Siehst du ein Witcher-Moi? Ja, hier ist ne Witch irgendwo. Ich hab ne Kettensäge. Wo ist die Bitch? Da musst du sie festlegen! Ich glaub direkt drauf zu, bin ich verrückt! Nein! Wo seid ihr? Kann ich dagegen tun! Wo seid ihr? Hier! Im Ladebildschirm! SOS! Jockey! Alter, aber guck den Jockey hier! Ich glaub's lang, dann will ich gar nicht mehr ins Spiel steigen! Oh mein Gott! Wo ist die Witch denn jetzt? Oh die Bitches! Ja da! Oh mein Gott, die Bitches da drin! Ne Bratpfanne! Oh! Und ich hab aufgehalten! Nein! Weg, 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 weg! Da ist Dank! Nein! Und gleich ist er wieder tot! Ich bin nur reingerannt. Ich hab's nicht gesehen, hab's angekostet! Ich hab's nicht gesehen, hab's angekostet! Lade nach! Ich hab's Leben! Moment! Ich hab's nicht gesehen! Wie viele Sekunden war's jetzt im Spiel? Boah, keine fünf! Boah, Synchronspringen! Boah, Synchronspringen! Super! Hep! 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 Was hast du denn an? Das zweite, oder was? Ja! Ich bin nicht, Jigga, so ein bisschen alleine! Zwei Schrauben! Zwei Saltos! Und Bombe eingetaucht! Ich bin meinem Ninja-Onkel! Aber das ist Ziggy, ne? Scheiße! Mein Gott, ich hab's satt, diesen Bildschirmszinn! Ey, du hast hinten auf deinem Rücken ganz breit totsteht! Scheiße! Nein! Wo bist du? Es brennt! Der Schotte brennt! Ich hör'n nicht! Da musst du ihn vom Grill runterlegen! Der Schotte brennt! Mann, Leute! Ich bin nicht schuld! Oh, oh! Nein! Nein! Eine Stoff-Giraffe! Eine Stoff-Giraffe! Eine Stoff-Giraffe! Mensch, wenn ich sehe, wie viel Spaß ihr da habt, dann bin ich ja richtig froh, dass ich in der Tankflatte! Ich hab' gerade verdammt viel Spaß! Ich weiß nicht! Jetzt zieht das ganze Teil so aus, als wenn du mit der Tamp dann in den Kopf hast! Ja, war ja klar! Ey, du hast Sanu am Start! Ja, der ist mal wieder gerettet! Ja! Ja! Er hat noch die Reflexe eines unverbrauchten Kindes! Das hört sich an, als ob du da etwas dran ändern willst! Ja, ich bin, ich bin nach der Demoduktionstheorie katholischer Abschlammung! Oh! Man kann nicht mehr hier einsteigen! Der kleine Mann will Karoffel fahren! Das geht nicht! Wo waren die hier schon wieder alle? Ich bin Richtung Safe-Room, ich weiß ja nicht, wo du bist! Ah, irgendwo, äh... ganz weit zurück, glaube ich! Na, klasse! Auch ein Golfschläger! Du wirst angegriffen! Nein, du wirst angegriffen! Von wem? Von der... Wahrscheinlich bist du, ich komm zu dir! Ja, ich bin auf dem Weg! Ich bin beim... Truck! Sehr nützlich! Jeder schnappt sich ne Waffe! Ey, cool! Ich bin auf dem Waffe geklappt! Ich zack' ich zurück! Na, ganz großes Kilo, was ist doch nicht! Safe-Room! Safe-Room! Ne, verdammt! Ich bin auf dem Dach! Oh, annehmen das Medi-Pack! Das sieht doch aus, ey! Wup, wup! Klong! Nein! Komm doch, wenn man zu lang mit deinen Pillen rumhuntelt! Nein! 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 Wer bist du? Boah, ja! Ich bin vor der Rutsche! Auf dem Dach! Nein! Komm zu dir! Jetzt bin ich tot! Toll, und jetzt bin ich am sterben! Nein! Du überlegst's noch! Alter, ich muss nachladen! Na! Dann lad mal nen Tacken schneller nach! Rette mich! Schieß sie ab! Schieß sie ab! Sonst werden wir... Hier gibt's... Hier gibt's... Hier gibt's... Fuck, es geht nicht! Ach, komm, leck mich! Lass ihn liegen auf! Könntest du mich jetzt mal retten? Ja, wenn du sie nicht abschießt! Was mach ich denn die ganze Zeit? Die Pistole ist halt keine gute Waffe, ja? Fuck!